Herzlich Willkommen im Schaugarten von Rickenbach Garten und Landschaft in Oberwangen bei Bern. Wir planen, bauen und pflegen euren individuell Traumgarten. Wie stellt ihr euch euren Garten vor? Was genau möchtet ihr in eurem Garten? Welche Farben, Formen, Materialien, Pflanzen bevorzugen ihr? So könnt ihr das erste Gespräch mit uns über euren Garten anfangen. Anhand des erstellten Gartenprojekts könnt ihr euch bereits ein Bild von eurem neuen Garten machen. Wir beginnen mit dem Bauen euren Garten. Euren Garten ist jetzt fertig gebaut. Wir erstellen für euch ein maßgeschneidertes Pflegekonzept. Wo ihr entscheidet, welche Arbeiten von uns übernommen werden und welche ihr lieber selber macht. Wir freuen uns, auch euren Garten mitzugestalten dürfen. Auf euren Wunsch, wenn wir in einem unverbindlichen Gespräch gerne ein. Wunsch, wenn wir in einem Wasserf Vitamia ein quiser. Wir finden euch alles ganz so schönpunkt. Wir seiten keine Garten möchte auf, passend Martinez zu machen und mich beim Netany almond geht er Surely reconciliation. Wir sehen uns. Wir sehen uns.